Hallo Hi Wir sitzen wieder Domi und Daniel Von Doppel D LP Und wir machen heute wieder ein ganz leckeres Let's get together Ja, das spielt ja Undyeng Dieses Spiel ist ja so gruselig manchmal Gruselig ist ja auch so Domi Ja, da fällt mir gleich mal die Maniküre an Oh nein Oh, jetzt muss ich ja mal wedeln Oh Ja, aber Nein, 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 Dani Maus, so geht das nicht Also, schau mal an, wie dreckig dir das überall ist Das ist ja Das ist ja Widerlich, das Oh Domi, bitte, du musst mich sofort penetrieren Sonst Oh mein Gott, Daniel Hi Hallo Nein, wir sind eigentlich Daniel und Domi wieder Ja, falls ihr es nicht erkannt habt Oh mein Gott Meine Seele Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang Ich will jetzt mal scryen, weil ich will sehen, ob ich da rum da kommen und kann Ha 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 Und F5 war Quicksave, nein F6 war Quicksave Vergiss nicht ab und zu mal zu sterben Ähm Nein, das war ein Screenshot Okay, das war schlecht Egal Okay, ich weiß immer, dass da schon mal ein Gegner kommt Jetzt dürfte man schon wieder ein bisschen asynchron sein von diesem scheiß Screenshot, den ich gerade gemacht habe, aber das schneide ich raus BIP 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 Das ist verbarrt BIP BIP Kint mit Brust auf einem Arm ja ja die Frau Schultz der Mond sein und zehn Jahren und zehn Jahren und aus dem Fall sind wirklich noch wo einsteinfliege und sieben du hast die Mann mein Gott sei mit es gibt immer von der Mitte Wie viele Stunden hat die auf ihrem Konto? 3000? Irgendwie sowas. Und die macht, glaube ich, jeden von euch platt, ja? Also die ist echt verdammt gut. Aber egal. Das ist nur so nebenher, weil man das gerade... Kommt jetzt gleich schon wieder Viecher. Ich will sie nicht haben. Weg mit denen. Ich will die Teppich nicht kaufen. Ich will die Teppich nicht kaufen. Was hast du gesagt, Dominik? Ich will die Teppich nicht kaufen. Ich will die Teppich nicht kaufen. Wo war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, dass mir nur gerade wieder eingefallen. Wo musst du überhaupt hin? Du musst hier nur rumlaufen und scryen, oder wie? Ich muss jetzt hier unten... ... die Dings aufmachen. Da waren ja hier so bröckelige... Hier. Hast du schon Sprengstoff? Ich hab Sprengstoff, ja. Gut. Und zwar... Dynamite! Dynamite tonight! Dynamite! 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 Stirb! Explodier! Mit mir! Was? Amplifyst du eigentlich? Oder noch nix? Weil du hast ja einen Amplifier stolen jetzt. Ich hab natürlich noch ein paar Amplifier... Ich hab noch zwei Stück, aber die spare ich mir. Okay. Für spätere, eventuelle... äh... gute... Zauber. Zauber. Und jetzt speichere ich nochmal kurz. Stimmt. Gute Idee. Immer dieses... äh... Auch mal normal speichern, bevor mein Safe-Game wieder drauf geht. Und die letztes Mal. Jo. Hm. Es ist immer irgendwas unter den Treppen. Stuck! Stuck! Achso. Der tut dir nix mehr. Komm ich echt auch irgendwann Skelette und so'n Scheiß? Ah... Ich hab ja schon so'n ungutes Gefühl, dass hier spawnende Gegner kommen. Was ich ja echt überhaupt nicht abhaben kann. Da spielt jemand Tuba. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Die wollen aber oft, dass du skryst. Es ist nie passiert. Ich knall dir zur Feige von hier oben ab. Was soll der Scheiß? Was erwartest du? Das Ding ist uralt. Ja und? Ist es ein Grund runterzufallen? Lulululululul. Auf und fest an die Leiche. Ah. Ein Leber. Oh, so. Wir spielen so? Solche Spiele machen wir jetzt also, hä? Spielchen. Aua! Der hat mich erwischt! Mit viel Fantasie! Ja, aber dass der mich erwischt hat, ist klar! Ui, der ist aber groß! Stirb doch endlich! So! Ich glaube, ich habe noch zwei Health Packs, ne? Ich glaube drei! Oh wow, cool! Aber wir wollen ja nicht verschwenderisch sein, ja? Richtig! Molotov! Okay, ich habe schon volle Munition vom Molotov! Und ich habe da oben auch einen Dings gehört! Einen, einen Amplifier Stone! Ich kann nicht genau sagen, wo der ist! Hast du den auch gehört? Wahrscheinlich hinter der Mauer! Die Wand hinter dir geht auf! Ah! Haha! Ich habe doch gewusst, da ist was! Da war ich mir so sicher! Ist das jetzt eine Abkürzung? Bitte, bitte! Ach Gott! Schon wieder? Oh! Wuuuuh! Da steht was! Wusser! Wie ever blau! Wie ever vigilant! Und er hat ein Killing... ...er... ...er... ...er Argen! Ha! Vergiss es! Ach, ich muss da lang! So haben wir es gern! Ich glaube, das sind noch mehr! Arme, missverstandene Monster! Ah! Das sind die einzigen Gegner, die auch noch am Ende des Spiels da sind! Die kommen durchgehend! Immer! Okay! Ohohoho! Skill! Full spatial! Oh! Ja! 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 Ha 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 Ha! Uppala! haha! Hubala! Uppsella! Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ne? Ja, ne? Wo wir mal hin dackeln. Grüß Gott. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Lasst mich halt einfach mal scheiße in Ruhe. Ja, die spawren hier. Na dann aber hopp. Ich weiß noch nicht, wo lang. Da lang. Ich hab, oh mein Gott, schon mal von der Munition. Du hast noch 14 Schuss. Du hast noch ne Schrotflinte, ja. Ich muss die jetzt erholen, hier schnell. Ja, ich muss die jetzt. Du hast volle Schrotflinten-Munition. Ach, das ist eine Schrotflinte, okay. Ähm, da muss ich mal ganz kurz auf die Schrotflinte wechseln. Ja, ey. So. Jetzt machen wir das nochmal neu. Also, ich weiß auch nicht mehr, wo ich genau lang muss. In der Base. Jedenfalls nicht in den Brunnen. Das weiß ich mittlerweile auch, ja. Treffen wäre gut. Das ist ja nicht so einfach. Ja, super. Achso, eine Level-Transition. Ja, zum Glück. Haha, schrotflint er schon cool. Ja. Mit Leichtigkeit. Viel zu einfach. So, ich will jetzt mal kurz wissen, was da unten ist. Ah, dunkler Keller. Äh. Mein Ladebildschirm. Aha. Hä? Okay. Ah, das erleichtert natürlich einiges. Huah, 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 huah. Huah. Grüß Gott. Ich glaube, der ist echt. Ja. Ist er auch. Ist das, was ich meine, ob es die manchmal echt sind? Bäm. In das Fass. Bäm. 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 Ding. 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 Ich freue mich auch, dich zu sehen. Der auch. Der war böse. Ja, gleich. Na gut, wir müssen jetzt. Aha. Okay. Du hast die Time, Incantation und Silver Key, okay? So. Überfliegen. Ah, aha. Schön. Shisha ist dein. Aber der Tabak ist wirklich ein bisschen trocken. Ja, aber haben wir ja noch andere Tabaks da. Eben. Okay, ja, im Prinzip hat er jetzt uns Buster es Zeugchen erlassen, um in die Vergangenheit zu reisen. Und wir müssen die Dämonen davon abhalten, die Sense der Kelten zu stehlen. Äh, Quatsch. Ja, doch. Wir brauchen ja auf jeden Fall die Sense der Kelten. Einfach die Sense, ja. Ja, und, und, äh, egal. Ich hasse Übersetzungsaufgaben. Das wäre eher dein Job, Domi. Ich? Ich kann sowas nicht. Ich kann kein Englisch. Ähm, nein. Was hast du in den letzten Jahren auf der Uni gemacht, sag einmal. Ähm, ich war drin gesessen. Okay. Hab unendliche Geschichten geschrieben. Stimmt. Wie freundlich von diesem Skelett. Aber du hast ja Invoke oder Revoke oder irgendwie sowas. Solange jetzt noch mehr kommen, ist mir das ziemlich schnuppe und ziemlich furzpiepegal. Wieso sage ich sowas eigentlich immer? Oh nein. Nein, 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 nein. Ich glaub, was da kommen noch welche. Vielleicht kommt ja auch Knochen trocken. Von Super Mario. Oh. Ich, ey, wenn es einmal gibt, was ich hasse, dann sind es dauerspawnende Gegner. Da könnte ich so kotzen bei jedem Spiel. Das hat nichts mehr mit Spielspaß zu tun und mit, mit... Au. Das ist halt nicht nett. Nee. Einfach mal in die Luft schießen, gleich triffst du ja. Was weiß ich schuss hiervon. Äh. Bis zum nächsten Mal.